Ich habe den Boomerang gefunden. Rufe das ETA-Menü auf und lege ihn auf und lass ihn fliegen. Bei Objekten, die man treffen kann, ändert sich die rote Zimmarkierung in Hashtag. Maximal kannst du fünf Objekte gleichzeitig anvisieren und ihn treffen. Ich weiß, was das bedeutet. Jetzt kann ich mit den Nüssen spielen. Oh Gott. Warte mal, wir brauchen im Moment das Ding nicht, den Wind-Windstab da. So, lass mal das Ding fliegen. Okay. Let's the Ding fly. Let's do this. Habe ich eigentlich mit Zelda jetzt erzählt, was ich mit Zelda machen möchte? Ich möchte es alle zwei Tage bringen, wenn es geht. Weil ich finde, das Projekt kommt bei mir so ein bisschen zu kurz. Nein. Falsches Gerät. Ich muss wieder nach unten und dann mit den Nüssen spielen, oder? Und dann kann ich da bei O1 irgendwie rein. Und in U1 ist noch ein bisschen, was ich machen kann. Was sagt der Kompass? Achso. Da sind... Aha. Verstehe schon. Du musst damit bei den Nüssen mal ausprobieren, wie du mehrere Ziele gleichzeitig markierst. Okay. Ich merke gerade, dass ich hier gar nicht rauskomme. Also muss ich hier irgendwo anscheinend etwas machen. Irgendwie mit Nüssen spielen? Muss ich hier mit Nüssen spielen? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warte mal. Ist hier oben jetzt irgendwas? Oh, da kann ich damit die Tür kaputt machen. Habe ich mich jetzt gerade einmal im Kreis gedreht. Da ist die Tür. Okay, das hat jetzt gar nichts bewirkt. Warte mal. Wie komme ich denn jetzt raus hier? Äh. Guck mal über der Tür. Oh! Ja, gut. Wie ich sowas dann immer nicht sehe. Wie markiere ich das jetzt? Ah. Verstehe schon, was das bedeutet. Mehrere Sachen zu markieren. Einfach alles angucken mit dem Ding. Ich denke mal, das brauche ich noch. Für den Boss-Fight eventuell. Uaaaaah. Uaaaaah. Warte mal, Abgang. Warte mal. No. Die Dinger sind weg. Ist hier noch irgendwas? Da oben ist noch einer. Ich mache jetzt aber erstmal... Die Nuss-Markierung. Und die Nüsse kann ich abschneiden. Oh, komm her. Das ist doch gar nicht so schwer. 24 Stunden Stream, 24 Stunden Zelda. Nein. Zelda ist jetzt nur ein Teil davon. Ein Teil von diesem... Stream, der halt nur mal ein bisschen länger geht. Um es mal so auszudrücken. Uaaaaah. Zelda ist jetzt nur halt so ein... Schöner, angenehmer Teil. Ja, Zelda geht noch 45. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall nicht allzu lang. So. Ups. Ja. Ich wollte eigentlich... Nüsse markieren. Hallo. Man kann ja irgendwie eine Anzahl nur markieren, höchstens. Habe ich ja nicht diesmal reingeschrieben, dass ich das blind mache. Hätte ich alle machen sollen. War das eine gute Entscheidung, alle zu destroyen? War das eine gute Entscheidung? Bin ich in dem Ding, wo ich schon mal war? Hier war ich doch schon mal, oder? Hä? Ich glaube, ich hätte nicht alle zerstören dürfen. Oder? Na, in dem Ding war ich ja schon mal drin. Hätte ich das machen dürfen, hätte ich alle zerstören dürfen? Kommen die wieder? Die kommen doch bestimmt wieder, oder? Ja. Jo. Tschüss, Alter National. Oder Alter National. Wir sehen uns morgen. Bis morgen zu. Hau rein. Danke, dass du dabei warst. Jetzt taktisch überlegen. Wir haben... Man darf die ruhig alle zerstören. Voll am Fly sein, das Ding. Piu, 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 piu. Das ist voll lustig. Da hinten ist noch einer. Na. Ach, ist egal. Ich muss die aber nicht alle zerstören, aber ich... Schaffe ich das? Ja, genau. René schreibt es auch gerade. Er meint, ich soll rüberfliegen. Hat sogar geklappt. Also manchmal ist es aber auch echt verwirrend, dieses Spiel. Ich bin so ein Typ, der braucht Anweisungen. Glück-Amulett. Das ist aber nur wieder so ein Bonus-Inhalt, oder? Das ist jetzt aber noch nicht der Endboss. Zumindest habe ich ein Special-Event-Dings... Irgendwas habe ich ausgelöst. So, jetzt kann ich da... Kann ich da jetzt rüberfliegen? Lohnt das? Oder muss ich jetzt da nach unten? Das finde ich halt voll kompliziert in diesem Spiel. Wo muss ich jetzt hin? Das ist eine gute Frage, oder? Da schießt seine... Ja, ich mache ja schon weiter. Alles wird gut. Ich bin gerade mal wieder komplett verwirrt. Ich bin ja aus der Neo. Wer kennt mich nicht? Der Neo aus der Matrix. So, wir könnten da rüberfliegen. Ich weiß aber halt nicht, ob es das wirklich bringt. Bringt es das? Darüber? Dann vielleicht zu den Fackeln. Zu den Fackeln. Das wäre dann... In die Richtung... Westen. Richtung Westen. Passt. Dann fliegen wir doch da rüber. Das war ganz schön knapp. Ich bin immer so ein bisschen... Ich bin ein bisschen ungeduldig, würde ich sagen. Aber jetzt sind wir wieder von den Viechern hier. Ich hasse die so. Ich ignoriere die jetzt einfach. Hier war ich doch aber schon drin. Hier war ich doch aber schon mal drin, oder? Aber sind hier noch irgendwelche... Aber hier ist doch auch noch eine Schatzkiste. Da unten ist noch eine Schatzkiste. Na, kommt alle her. Meine lieben Scheißviecher. Kommt. Hier wird wohl kaum der Master-Schlüssel drin sein. Aber zumindest ist hier was drin. Ist nur ein gelber Rubin. Wie 10 grüne Rubine. Okay. Aber immerhin war hier noch was. Ey. Und darum ging es mir ja. Das Dungeon-Item hast du. Das bedeutet, mir fehlt nur ein Master-Schlüssel. Der muss der Schlüssel. Das heißt... Wir gucken, wo noch Sachen offen sind. Im Süden ist noch was offen. In O3 ist im Norden noch was offen. Und in U1 ist noch viel offen. Also... Muss ich anscheinend... Ganz nach unten. Und dann irgendwo rein. Ich wage es jetzt einfach mal runter zu springen. Oder? Ist das eine gute Entscheidung? Ich weiß es nicht. Ich mach es einfach mal. Welche Richtung ist das? In U1? Oder ist U1 sogar durch das Wasser? Ah. U1 ist hier. Aha. Oder? Da ist es doch. Ich darf nicht so viel denken bei dem Spiel, glaube ich. Einfach machen. Ich überlege immer so, wo könnte ich dann noch total failen. Und... Und das ist dann halt so, dass ich dann halt immer anfange... Aha. Das war jetzt dumm. Die war so gemacht. Die Fischer sind ätzend. Die sind nicht dumm. Also die sind jetzt nicht so... So krass gefährlich. Aber die sind halt einfach ätzend. Das ist ja halt irgendwo so ein Ausgang, wo ich halt rausschwimmen kann. Das ist ja... Das ist ja... So, weg sind die Viecher. Was ist hier? Ja. Viel zu viel los. Viel zu viel los. Ich bin weg. W còn, wenn, war es ja da war. Vielen Dank.